Heute soll nicht der Rechner, wo du stehst, losgehen, aber das kriegst du nicht hin. Ja, doch, ich bin schon, aber ich mag es nicht bei dir nicht. Wolltest du eigentlich, dass du das mal vorfühlst? Jetzt geht's los. Aber ich mach gleich wieder aus. Können wir das auch stärker machen? Mit dem Handy? Nee, das geht nicht. Es wird alles gleichzeitig geregelt zum Nachhinein.